Was ist aus deiner Meinung wichtiger? Die richtige Strategie oder die richtigen Mitarbeiter? Ich bin Alexander Christiani, Mentor und Coach für authentische Business-Kommunikation und mein Ziel ist, dir in diesem Kanal die umfassende und profunde Zusammenung an guten Business-Kommunikationsregeln beizubringen, die du irgendwo findest. Das ist unsere Absicht. Du entscheidest natürlich darüber, ob und inwieweit uns das gelingt. Hey, also zurück zur Frage, die richtige Strategie oder die richtigen Mitarbeiter? Aus meiner Sicht ist die Antwort mega easy einfach. Die richtigen Mitarbeiter sind definitiv der entscheidende Schlüssel. Erstens, wenn du die richtige Strategie hast, aber hast die falschen Mitarbeiter, dann weißt du per Definition, deine falschen Mitarbeiter werden die super coole Strategie nie umsetzen. Du hast also gar nichts davon. Zweitens, und aus meiner Sicht noch wichtiger ist, hast du, und das ist ja oft so am Anfang vielleicht nur eine gute Strategie, aber richtige Top-Mitarbeiter, dann werden die mit dir zusammen diese Strategie so lange weiterzuentwickeln, bis sie nachher richtig perfekt funktioniert. Aber weißt du, was das Allerwichtigste, aus meiner Sicht der Allerwichtigste Grund ist für die richtigen Mitarbeiter? Die Idee, wir starten mit einer guten oder sehr guten Strategie, ist typischerweise zum Scheitern verurteilt. Weil Strategien sind nichts Statisches oder etwas Dynamisches. Ich weiß nicht, ob du dich noch an General Schwarzkopf erinnern kannst, den Oberbefehlshaber damals im Irak-Krieg, der gesagt hat, nichts ist so alt wie eine Strategie, nachdem die Schlacht 15 Minuten lang läuft. Dann hat sich schon alles verändert. Das heißt, wenn deine Strategie sowieso nicht in Stein gemeißelt ist, sondern ständig an dynamische, sich ändernde Verhältnisse draußen angepasst werden muss, dann ist die Frage, mit wem denn? Und die Antwort heißt, je besser und je cooler und je effektiver deine Mitarbeiter sind, umso mehr Hilfe und Unterstützung hast du auch, eine befriedigende oder eine 2-Minus-Strategie auf Dauer zu einer coolen Umsetzungsstrategie hinzuentwickeln. Deshalb ist meine Empfehlung, du bist in jedem Arbeitsbereich nur ein Superstar-Mitarbeiter vom ganz großen Erfolg weg. Deswegen investiere vor allem darin, um dich herum das richtige Performer-Team zu versammeln und mit dem gemeinsam ist die richtige Strategie anschließend ein Klacks. In dem Sinn, viel Spaß beim Umsetzen.